Ladies and Gentlemen, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Review hier bei Kirmes Aktuell. Und heute schauen wir uns mal wieder eine Achterbahn aus einem Freizeitpark an. Einem Freizeitpark, in dem ich erst vor kurzem zum allerersten Mal war. Und zwar geht es um eine auch noch recht neue Achterbahn. Neuheit nicht von diesem Jahr, sondern vom letzten Jahr. Und zwar geht es um Dynamite. Die Achterbahn befindet sich im Freizeitpark Plon. Ja und bei dieser Achterbahn handelt es sich um den Typ Big Dipper. Hersteller ist hierbei MugRides. Und es gibt von dieser Achterbahn auch noch ein Exemplar. Oder was heißt, es ist jetzt nicht baugleich, aber es gibt noch ein Exemplar in den Niederlanden. Und zwar Lost Gravity. Das war auch ein Big Dipper. Die Bahn wurde am 18. Mai 2019, also letztes Jahr, eröffnet. Ja, die Schienenlänge liegt bei 500 Meter, maximale Höhe 44 Meter, Maximalgeschwindigkeit 100 kmh. Zur Kapazität, es gibt insgesamt zwei Wägen. Ein Zug hat einen Wagen, also es ist immer nur ein einzelner Wagen. Zwei Sitzreihen pro Wagen, vier Sitzplätze pro Sitzreihe. Was sind für Elemente verbaut in dieser Achterbahn? Es gibt einen Dive Drop, einen Tunnel, was jetzt in dem Sinne kein Element ist, aber ich finde es schon erwähnenswert. Dann eine 270 Grad Helix und ein Looping, sowie eine Zero G-Roll. In Versionen gibt es insgesamt also somit drei Stück bei dieser Achterbahn. So, das waren jetzt erstmal die groben Daten und Fakten zu dieser Achterbahn. Und dann schauen wir uns jetzt einfach mal den Punkt Optik und Thematisierung an. Die Achterbahn sah natürlich auch bei meinem ersten Besuch 2020 noch nagelneu aus. Und hat mit den roten Schienen und den grauen Stützen, finde ich, ein, ja, doch gutes Wiedererkennungsmerkmal. Und, ja, wie dem meisten sicherlich bekannt ist, hat die Achterbahn eine alte Achterbahn ersetzt. Und zwar die Silbermain, welche vorher an diesem Ort stand. Ja, wie ich schon erwähnt habe, war ich 2020 zum allerersten Mal im Freizeitpark Belohnen und kannte daher die alte Achterbahn leider nicht. Der Narbe Silbermain lässt aber allerdings schon auf, sag ich mal so, Western-Thematisierung zurückschließen vermuten. Und somit kann ich behaupten, dass die Thematisierung bei dieser Achterbahn eigentlich beibehalten wurde, sowohl von der alten als auch zur neuen. Der Wartebereich ist, finde ich, sehr, sehr schön angelegt. Und die Warteschlange selbst ist eigentlich gar nicht so lang, muss man sagen. Komplett eigentlich Indoor. Dennoch gefällt mir der Wartebereich eigentlich echt richtig, richtig gut. Es gibt auch einen schönen Animatronic in der Warteschlange, der die Geschichte zu Plon und der Achterbahn erzählt. Des Weiteren gibt es aber auch außen zum Beispiel noch so zwei Animatronics. Ich glaube, das sind irgendwie so Vögel oder so, die sie miteinander kommunizieren. Da kommunizieren die sich unterhalten. Also echt richtig, richtig schön gestaltet, schön angelegt. Der Wartebereich auch ansonsten um die Achterbahn herum, sag ich mal, wenn man so durchfährt, ist ja alles eingezäunt. Da auch so ein bisschen Western-Thematisierung und so. Also es gibt da schon ein bisschen was zu entdecken, auf jeden Fall thematisierungstechnisch. Ja, und das war es jetzt also erst einmal zum Punkt Optik und Thematisierung. Und dann schauen wir uns jetzt einfach mal den Punkt Fahrt an. Nachdem im Stationsgebäude, ja, wenn man da angekommen ist und in seinem Wagen dann Platz genommen hat, dann sieht man eigentlich schon direkt raus auf den Lifthill. Also man fährt direkt raus auf den Lifthill zu. Was den Lifthill betrifft, da möchte ich dann gleich noch ein paar Kleinigkeiten zu sagen. Wenn man dann den Lifthill hochfährt und oben angekommen ist, geht es dann direkt als erstes in den Dive Drop. Und anschließend, wenn man diesen Dive Drop durchfährt, eben unten mit einem nebelgefüllten Tunnel hindurch. Ja, darauf folgt dann anschließend die 270 Grad Helix, bevor es dann darauf folgend in den Looping geht. Und zu guter Letzt dann noch als letztes Element in die Zero-Giro. Nach circa, ja, einer Minute Fahrt seit sowas um den Dreh rum ist die Fahrt dann beendet. Also die Fahrt an sich jetzt zwingend nicht die längste, würde ich so beschreiben. Was ich jetzt zum Lifthill noch erwähnen wollte. Es gibt wohl scheinbar die Möglichkeit, habe ich gehört, eine schnelle und eine langsame Fahrt zu haben. Hier läuft dann der Lift etwas langsamer oder schneller. Und so durchfährt man dann die Fahrt an sich etwas langsamer oder schneller, indem man natürlich dann schneller nach oben fährt, schneller reinfährt, alle Elemente. So habe ich das gehört. Ich selbst jetzt tatsächlich einen Fahrunterschied in dem Sinne noch nicht erlebt. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch kundtun. Ja, dann war es das auch zum Thema Fahrt. Und ihr wisst, was das heißt, denn jetzt kommt das Fazit. Optisch ist die Bahn echt ein Schmuckstück, muss ich sagen. Und auch die Thematisierung kann, finde ich, voll überzeugen. Die Fahrt ist echt schön, schnell und vor allem auch schön sanft und angenehm. Ich finde, die Bahn fährt sich eben dadurch auch sehr, sehr angenehm. Gerade weil sie eben auch neu ist, natürlich. Ist klar, wäre auch schlimm, wenn nicht. Aber muss eben nichts heißen. Zusammengefasst hat der Park sich hier ein echtes Schmuckstück in den Park gestellt. Ich finde es eine super Bereicherung, super Neuheit. An sich hat auch der Freizeitparkplan einige schöne Attraktionen, also die Holzachterbahn oder auch diese Indoorachterbahn im Powered Coaster von MugRides. Also es gibt echt einige schöne Sachen in dem Park. Ein Park, der von vielen, finde ich, auch unterschätzt wird, sollte man durchaus mal, gerade thematisierungstechnisch, unbedingt gesehen haben. Da kann sich so manch anderer kleinerer Park in der Größenordnung durchaus eine Scheibe von abschneiden. Ja, und dann war es das jetzt heute mit dem Review zu Dynamite aus dem Freizeitpark Plone. Ich hoffe, dass euch das heutige Review gefallen hat. Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, zeigt es dann haben von Bewertungen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch zu einem neuen Review hier bei Kirmes Aktuell wieder. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut! Bis dahin, Dankeschön.